Ja, 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 ja Bro. Schlüssel! Scheiße! Natürlich nicht! Erstmal jetzt um Aldi fahren. Aldi! Pass mal jetzt auf, pass mal jetzt auf, Jörg! Hoppala. Hoppala. verfickte scheiße jungen sehr gute frage erstmal schnall ich mich her an ey ist das heiß das juckt ihn nicht was ich hier mache bro wo ist die huppe wo ist die huppe hey bro bro ignorieren mich doch nicht so da vorne ist rot du musst gucken ach da gucken andere zu nein mensch mensch meyer mensch mensch war ja ihr wart live dabei wenn ihr wisstet wer ich bin mein englisch ist so schlecht wie heute morgen meine wurst die ich rausgekackt habe die war wirklich schlecht weil ich vorher keinen kaffee getrunken habe das ganze essen vom vorherigen dach flutscht nur so raus das macht so spaß klebeband in die hand nehme würde ich auch nehmen mit nehme die aufmacht passt jetzt auf wir müssen den spiegel erst reparieren um im nahhinein das fahrzeug komplett zu zerstören das ist ja unglaublich